Liebe Freunde, liebe Unterstützer, heute ist Weihnachten. Ein ganz wichtiges Fest für uns, für uns Österreicher, für das Abendland und vielleicht auch einmal ein Tag, wo man sagt, ich lege das Smartphone weg, ich brauche den Fernseher nicht, ich brauche das Internet nicht, ich habe meine Familie, ich habe die Freunde, ich kann mit diesen lieben Menschen meine Zeit verbringen und ich hoffe, dass ihr diesen Tag genießt, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft. Alles Gute, euer Norbert Hofer.